Prozent Hallo und Herzlich Willkommen zum Voice Battle ist es jetzt eigentlich kann man das als vierte Folge zählen um bei jedem die zweite Folge ja aber dass er mal eigene Folgen sind um doch keine Ahnung der Klinz ist auf jeden Fall heute erledigen Mexien und weil du ja eigentlich gar nicht der Mexien Mexien in der Knie sicher drei Brot in der Träume gehabt worum also heute das beste Gäste nicht sehen kann doch Hallo sagen wenn du willst weil er ist halt immer ein bisschen schüchtern nach und behindert er er hat mich gerne er hat aber ich hatte keine Waffe ich habe kein Schwert die die so ein Scheiß ich hatte recht gutes EGP liegt noch goldene Hose das ist ein schönes Lied von einer schönen Truppe singen als ich so ganz frech behaupten Prozent hat einmal Dienste wird in den Lieblings drüben er hat er schattet es schon der ist scheint es zu dir klappt eine Annen die Arzt für sich ich schreibe in Fernbriefe der Mann sich in den Nackpick wir haben sie die nackt wieder schicken weil du bist verliebt er versteht das stimmt und die Summen einfach noch ein Lied ausführlich ja weil macht es ach wie mich das freut ich hatte richtig Pels coolen nach zehn moderne neue Kinder Lieder morgen ist der ist egal ein sang für die geile Zeit wenn man glücklich ist er mit seinem pff die Welt aufmischte alles sein eigener Positionen viel Spaß beim Schauen und beim mitsingen vor oft ihr ist war hat er ich habe wir würden heute auf den Inseln dies war die Uhr ist was ich schaue oder wo ist er oder morgen auf die Insel ganz oben bis Wunder kommen ja alle Wunden sind verhalten bis alle Wunden sind bereit wo ist alle Wunden ah ja da ok ok wieso bin ich zuvor um den Text einzublenden ihr könnt dann einfach hier das sehen ahem was beim was die Runde beginnt ich muss ja singen also ahem mi 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 noch einen kurzen Schluck komm wir rudern auf die Insel wir fliegen heute zum Mond oder schauen in den Wäldern ob Schneewittchen da noch wohnt wir fangen heute das Einhorn machen alle Ecken rund ich hol schon mal die Farben dann malen wir alle Wände bunt es ist der Tag es ist der Tag Mensch ich hab's dir doch gesagt alle Tränen sind geweint alle Wunden sind verheilt ein super Tag ganz wie bestellt uns gehört die ganze Welt die Alten haben sie verborgt jetzt wird das Leben mal gerockt vor der Tür da steht das Leben lass uns sehen was heute geht wir rollen über Wiesen bis sich alles um uns dreht wir holen unsere Freunde aus ihnen dunklen Häusern raus tanzen barfuß durch die Straßen und lachen die mit Schuhen aus es ist der Tag es ist der Tag ich hab's dir doch gesagt alle Tränen sind geweint alle Wunden sind verheilt du der Tag Tag fuck ist das schlecht moderne Kinderlieder und dann reden sie drüber dass sie draußen viel Spaß haben heutzutage hat man drinnen viel Spaß Kausik so ein Opfer so schlimm wenn das nicht das geilste von Martins es ist der Tag es ist der Tag Mensch ich hab's dir doch gesagt alle Tränen sind warte wo war das sie rollen über die Wiesen bis sich alles dreht und was steht da oben coole Kids zu cool wir rollen über Wiesen bis sich alles um uns dreht und coole Kids ich finde die beiden Sätze widersprechen sich leicht aber gut wir sehen uns im nächsten Video tschau